Ähm... Wir sagen am besten gar nichts. Wir gehen am besten so einfach weiter. Hoffentlich weiter ist keine schlechte Entscheidung. Scheiße, es wird immer spannender da. Oh fuck! Bitte! Geh zurück! Nicht in hier kommen! Du hast die Hände zu gehen! Schau dich! Geh, Brenda! Bitte! Bitte! Bitte, nicht noch einen anderen Schritt! Brenda, komm jetzt! Du weißt, dass du das nicht willst! Geh weg und lass uns weg! Stopp da! Ich meine es! Oh! Ich hab dich gesagt! Ich hab dich gesagt! Ich hab dich gesagt! Du hast nur geflogen, du gehst herum, oder? Geh, Brenda! Bitte! Bitte, nicht noch einen anderen Schritt! Brenda, komm jetzt! Du weißt, dass du das nicht willst! Geh weg! Lass uns mit mir! Nee, so einfach geht das nicht. Oh shit, hoffentlich erschießt der uns nicht wieder. Können wir nichts machen? Du weißt, dass wir uns wieder erschießen, oder? Stopp da! Ich meine es! Brenda, komm schon! Schau dich an, was du machst! Es muss nicht so enden, wie das! Ich werde ihn töten, Lee! Lass mich einfach weg! Nein! Bleib zurück! Mach das nicht so dumm! Lass ihn in Frieden! oder sie halt! Lass ihn gehen, Brenda! Bitte, lass ihn zu erinnern! Ich werde es tun! Bitte! Nein, so einfach geht das nicht, Brenda! Du wirst sie nicht umbringen! Auf gar keinen Fall! Ich will dich nicht töten, Lee! Noch einen Schritt! Und Mark hat sie! Bitte, lass uns das nicht schlimmer machen! Just stopp! Noch einen Schritt und sie ist im Arsch! Ich werde nicht zulassen, dass die Kacier erschießt! Nein! Jawoll! Ach du Scheiße! Kenny! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Du denkst, dass ich hier spiele, Junge? Alles, was wir wollen, war Gas! Wir kamen zu dir in Frieden! Ja, ja! Wer ist glaubbar seelisch! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Wir müssen doch wieder Haas marschen! Äh... Jawohl, Heinzubrei! Ach du Scheiße! Genau durch den Zaun durch! Oh Shit, Leute! Das kann jetzt was werden! Aua! Ich bin auch in die Fresse getreten! Nein! Nein, er wird uns in den elektrischen Zaun schmeißen! Oder? Ja, sicher! Aber nicht mit uns! Nein! Nein, 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 nein! Das werde ich nicht zulassen! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Okay, das ist jetzt extrem schwer, Leute! Uah! Nicht drauf gehen, Lilly! Nicht drauf gehen! Lilly! Hilfe! Wir haben uns eigentlich... Bitte, Lilly! Bitte, Lilly! Bitte, Lilly! Bitte, Lilly, hilf uns! Ich weiß, wir hatten deinen Vater ermordet, aber es ging nicht anders! Die liebe Kuh hat uns nicht geholfen! So, du Arschloch! Links und rechts! Links und rechts! Hau ihn zu brei! Er hat's verdient! Nochmal! Und nochmal! Und nochmal! Und nochmal! Und nochmal! Nochmal! Jawohl, der ist schon voll K.O. irgendwie! Boah, Leute! Leute, das ist extrem krass jetzt! Waha, Maschalisch! Wir sind super krass! Na Island haben wir noch nichtuldig! Uh, wir haben deutlich Du hast mich! Du bist kein Scheiße! Es ist vorbei! Scheiße dich! Als schnell die Mama rauskommt! Du bist alle scheiße! Sie sagten, es ist vorbei! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg von mir, Lee! Geh zurück hier! Und schaue das, Lee! Geh weg von mir und käme mich wie ein Mann, Lee! 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 Okay, der Generator steckt ab. Das bedeutet, die Walker haben jetzt freie Bahn. Eigentliches Schicksal ist besiegelt. Lee! Lee! Let's go! Lee! 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 Spannende? miejscide...! Das war's für heute. Das war's für heute. Warum bleibst du es nicht? Manchmal hilft es, etwas zu haben, das du deine Gedanken über dokumentieren kannst. Wie geht's dir? Ich werde gut sein. Ich bin einfach nicht so jung, wie ich damals war. Ja, wir haben jetzt zu Kenny gehalten, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, auch wenn Lily jetzt angepisst auf uns ist. Ja, das war's. Ja, das war's. Komm schon, Clementine. Bleed? Die Menschen sind tot? Wir haben sie nicht getötet, also ich weiß nicht. Sie vielleicht können sie weg von Walkers. Aber ich bin sicher, sie werden nicht nach uns kommen. Das ist gut. Hey, Vater. Was ist das Geräusch? Das klingt wie ein Auto. Oh Gott, nicht mehr Verlänger. Ähm, komm raus, sonst schieße ich, nicht schießen. Okay, da ist offensichtlich niemand. Dann gehen wir mal langsam aufs Auto zu, würde ich sagen. Ja, anders geht es eh nicht. Oh Mann, ist das krass, Leute. Aha. Also beim Auto scheint niemand zu sein. Hoffentlich. Aha. Der Schlüssel steckt da. Baby, du musst das sehen. Es ist ein verdammtes Essen und Herzen hier. Diese Essen könnte alle von uns schützen. Nicht alle von uns. Halt die Fresse, Lilly. Nein. Wir wissen nicht, ob diese Leute sterben. Wenn sie zurückkommen sind, dann sind wir nur monstern, die aus den Häusern kamen und verletzten ihre Leben. Diese Sachen nicht unsere. Dad, wer ist das Auto? Keine Angst, Duck. Es ist unsere jetzt. Es ist abandert, Duckie. Es ist abandert, Duckie. Es ist abandert. Was, wenn es nicht? Was, wenn es nicht abandert? Ja, wir müssen uns wieder entscheiden. Wir müssen das mitnehmen, Clementine. Du hast recht. Das sollten wir nicht nehmen. Ich bin eigentlich immer für Clementine, aber in diesem Fall haben wir keine Wahl. Wir müssen das nehmen. Wir müssen das nehmen nehmen, Clementine. Wir brauchen es, um zu überleben. Wer sagt, es ist deine Entscheidung, um zu machen? Hey, wir haben keine Zeit für diese Scheiße. Gibt es oder nicht, wir brauchen dieses Essen. Jetzt komm hier und öffn den Trunk, Lilly. Ja, wir müssen das tun. Wir brauchen was zu essen. Sonst gehen wir drauf. Es ist lockt. Oh Scheiße, ich habe das schon versucht. Aber ich habe gehört, dass du die Schläge von vorne abgeholt hast. Klar habe ich das. So, jetzt nehmen wir uns die Essensrationen. Zutaten? Ich nehme es. Du wirst das überleben. Duck, warum nicht du das mitnehmen? Okay. Ja wohl, der kleine Junge hilft auch mit. Ist schon mal super. Was ist das jetzt? Lebensmittel. Ja, sie schüttelt den Kopf. Blöde Schlampe. Ja, sie schüttelt den Kopf. Blöde Schlampe. Achso, das ist ein Pulli. Achso, für Clem. Ach, Clementine. Es ist nicht wichtig, was wir machen, aber wir müssen es tun. Sonst würden wir selber drauf gehen. Hey, es gab ein paar Batterien in einer dieser Boxe. Ich dachte, sie könnten in deiner Camcorder arbeiten. Hier, du kannst auch ein paar. Für deine Walkie-Talkie. Batterien, hm? Denkst du, du kannst das? Ja. Mit dem Radio. Oh Gott. Lee. Du wirst es sehen. Oh Gott. Und die anderen tragen gerade das Sofa da aus. Jake, Bart, Linda und alle deiner Scheiße aus der Save-Lots. Sie nennen euch Bandits, aber ihr seid verdammt. Was war denn das jetzt? Oh, Thornton, Baby, schau dich an. Schau dich an. Oh, du brauchst eine Mutter, Lieber. Wir werden die Bandits dich holen, können wir? Nein. Okay. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. I'm thinking you're safe. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people you too. Don't worry little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Making is done, pal. Ain't nothing left. We gotta get the hell out of here. Lee, I need you to back me up on this. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? But we killed her dad. We did kill her dad. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy! I'm the one keeping this group going! We can sort this all out, alright? We can sort this out! I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! Okay, that's with the Lebensmittel is relatively close. Yeah, Leute. Ich weiß, the part is a bit overgegangen geworden. Sorry, but it was just too crazy. And we're at the end of the end of the next episode. ... 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 Wir werden natürlich gleich im Anschluss weitermachen mit Episode 3. Seid gespannt, Leute, auf die nächste Episode von The Walkie Dead. Macht's gut.